Oh, da sind wir wieder! Ullo und der Upshot hier. Oder... Er ist Upshot und der Ullo. Der Esel nennt sich immer zuerst. Oh, der Esel. Ja. Ähm... Ja. Wo wollen wir stehen? Wir sind hier im Dschungel. Wir suchen was, wo wir bauen können. Was ist denn da, was weiß ist? Oh, das ist ein Schaf. Meeh. Das tötet sich jetzt. Komm, das ist mir egal. Komm her. Wie gehen wir auf den Berg hoch? Es hat mir Experience gegeben. Was ist noch ein Schaf? Wo denn? Die tarnen sich voll hier. Die tarnen Schafe, die waren bestimmt im Grund. Black Cheap. Kennst du den Film, Black Cheap? Ja. Junge, das ist so genial einfach. Boah, da hinten ist ein Sumpfbium, das sieht echt schön aus. Wo die Schafe einfach zu Zombies werden und die ganzen Menschen auffressen. Das ist einfach nur cool. Wo bist du? Ich bin hier auf so einem Baum. Da. Da, ah. Komm ich, komm ich, komm ich. Nach Hause um uns kommt eh zu. Ah! Nice. Oh, das sind voll viele Schafe. Komm ich töte jetzt mal ein paar Schafe, dass wir wenigstens mal sechs Dings haben. Sechs Wolle, dass wir mal Betten machen können. Komm ich runter. Runterlaufen. Sprich an die Jahren, machst die Tarzan. Nein, 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 nein. Das ist keine mehr. Oh, ich bin so ein Pro, Alter. Ich bin so ein Pro. Pro Gamer. Ja, ähm. Stimmt, wir brauchen hier Schafe für Ben. Ja, ich hab gleich genug. Ich brauch noch ein Schaf und dann passt das. Oh, ich hab sogar schon zu viel. Ne, hab ich nicht gepasst. Ich wollte hier den Killsteam, weißt du. Oha. Oh, ich brauch Essen. Kokamin. Ich lauf zu viel rum, ey. Oh, da hinten. Oh, wollen wir hier bauen? Ah, Schweine, Schweine. Ist ja auch voll langweilig. Schweine. Ich würd fast sagen, wir bauen auf so'n Berg da, oder? Ist doch voll gediegen. Einfach da oben auf diesem Berg. Oder so an den Berg dran bauen. Ich sammle erstmal ein bisschen Fleisch. Können wir da so schummeln, keine Ahnung. Also, ich hab schon eine Vision. Achso. Oh, oh, das sind doch echt Kühe. Ey, Kühe. Das sind ganz viele Kühe. Was war das denn grad, weißt du? Wollen wir die töten? Ne, oder? Wollen wir die töten? Hä? Ja doch. Nein, wenn wir Leder brauchen für Bücher oder so. Ja, wir können uns dann nachher welche anpflanzen, weißt du? Dann lass bis auf zwei alle töten. Okay, ich hau aber gleich. Da hinten sind noch ein paar, die können wir ja leben lassen. Ja, du hast doch den Ofen. Ich sicher nicht, ne? Ja, ich hab den Ofen. Okay. Stell mal hin, ich brauche Essen. Alter, da ist noch eine Kuh. Ich hol dich noch eben. Ja, da ist noch Sumpföln oben. Da müsstest du auch Pilze geben, oder? Ja, aber hier, meinst du jetzt wegen Hunger Games und Hunger Games, ne? Ja. Auf Hunger Games ist da, glaub ich, die Spawnrate von den Pilzen viel höher geschraubt. Trotzdem. Und in normalen Sumpfbiomen ist das echt wenig. Kannst du was essen? Ach, du hast jetzt einen Ofen hingestellt. Oh, das ist ein Kürbis, ich will einen Kürbis haben. Ja, gut. Ja, können wir jetzt eigentlich schon Kürbissuppen machen oder so? Sollten wir doch mal irgendwann machen. Hey, kommt jetzt zum nächsten Update. Heute sollte ja eigentlich die 1.4 rauskommen, morgen kommt die, aber morgen kommt die S. Echt? Cool. Ja. Hey. Jetzt hab ich einen Skin. Oh Gott, wie man nix sieht. Wo ist die See halt nix, ey? Wo ist denn du? Dahinten. Da ist was. Ich sehe nix. Oh Gott. Setz den mal auf, ey. Sofort. Aber wieso, wieso? Tust du Rotten Flash essen? Rotten Flash. Ich gerade Hunger hatte und wenn man stehen bleibt, dann zieht das gar nichts ab. Aber du so blubberst. Ja, ich bin noch 7 Sekunden und mir wurde kein Hungerbalken abgezogen. Cool. Strick mal was. Prost. Prost. So. Wie man halt nix sieht, ne? Achso, du hast ja eh andere, du hast ja nicht den Textaffekt. Ja, stimmt schon. Oh Gott, wicke ich mich doch mal bei mir. Komm mal, komm mal kurz mit, wir können das ja kurz erst... Das sieht so cool aus. Genau. Halloween. Das ist Halloween. Was, was, was wolltest du? Komm mal mit. Guck mal, hier könnten wir doch bauen, da hinten an diesem Berg, weißt? Können wir das so dran bauen an dem Berg. Dann hat man hier voll die schöne Aussicht und so. Stimmt, das sieht irgendwie voll cool aus. Ja, lass die du... Guck mal, hier noch so ne kleine Brücke. Entschuldige, mein Hund bellt. Warte mal ganz kurz. Ja, lass dir noch bellen. Ja, hört man das in der Aufnahme? Ja, ganz leise. Okay. Tja, kann ich jetzt nix ändern. Passt schon. Ähm, sind nun mal Hunde, ne? Weiß ich da dran bauen. Auf jeden Fall, äh... Man könnte dann hier noch so ne kleine Brücke rüber bauen. Also hier vorne können wir so nen Garten hinbauen. Hier vorne... Können wir hier so ein bisschen... Können wir dann... Auffreuen. Ja, bis auf die großen Bäume können wir den Rest weg machen und können wir da so... 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 Feld hin machen und so. Ein paar Schafe. Ja, sieht schön aus und... Ja, lass uns das so machen. Ja, und... Ja, Mensch, ne? Ja, soll ich Holz sammeln? Ja, lass erstmal hier alles weg machen, oder? Bis auf die großen Bäume hier vorne. Hier erstmal so das... Ja, Moment, ich hol eben den Ofen. Die kleinen Bäume... mach ich erstmal weg hier. Ja, okay. Mal schauen. Mal schauen. Hast du dir eigentlich nen Timer gestellt? Ich hab mir nen Timer gestellt. Ah, das ist schön. Fünf Minuten sind schon rum. Es geht ratzfatz. Echt, ey, wie die Zeit vergeht, ne? Ratzifatzi, ja. Ratzfatz. Pokémon. Yay. Die zwei. Nein. Okay. Ähm. Ich sammeln ein paar Blümchen. Blümchen. Benjamin Blümchen. Du-du-du-du-du-du-du-du. Scheiter Elefant. Jetzt sind die Kinder drauf. Benjamin Blümchen. Du bist super groß. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Meine Eltern wollten mich erst Benjamin nennen, Alter. Echt? Ja, ohne Witze. Man kann meine Oma... Nein. Mach dir nicht. Sonst wird der Bruce ein ganzes Leben lang gemobbt. Danke, Oma. Mein kleiner Geschenk heißt Benjamin. Oh, der Arme. Ja, so schlimm ist das gar nicht. Obwohl, ich hab ihn damals immer Benjamin Blümchen ge- Ja. Es gab doch mal früher diese, 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 diese eine Maus. Die hieß Philip. Was? Ja. Doch, diese... Ja, kein Scheiß. Doch, es gab doch mal so eine Sendung mit so einer Maus. Nicht die Sendung mit der Maus, sondern da gibt's noch so eine Sendung mit einer Maus. Oh, hier ist ein Unselort. Oh, ich hab Spinnenfäden. Ich hab ein Spinnenfäden. Hast du auch noch Spinnenfäden? Ja, ich hab zwei. Oh, gib mal her. Ich tu mal kurz alle. Okay. Nice, nice. Ich mach mich schon mal sauber. Hast du ne Workbench? Yep, hab ich. Ist das noch hier? Ja, da ist es noch. Cool, hoffentlich rennt's nicht weg. Hier sind sonst auch noch zwei im Baum oder so. Waren grad welche drinnen. Woher geht noch meine Angel? Ich glaub so, ne? Moment. Ich muss meinen Tusten. Ging so. Ja, so ging's. Gut. Minecraft-Experte. Okay. Oh, schon ein Angewissen. Oh, das ging ja schnell. Verrückt. So, nieder da. Na komm. No manch! Ip. Beißen die Fische nicht sowieso. Oh, oh, nein, nein. Ah, da kam grad so ne Meldung. Weil ich so auf Shift gedrückt hab. Achso. Okay. Bis jetzt sieht's hier schon ganz scheiße aus. Ähm. Oh, ich hab zwei Fische. Ich probier's mal. Wo sind die? Ich hoffe, mein Mikrofon ist nicht zu nah am Bund, ey. Weißt du, wo die sind? Ja, die waren hier grad irgendwo. Ich denk mal, die sind... Ich weiß nicht. Denk mal, das Wasser sind sie nicht, oder? Ne, die sind Wasserscheu. Dann werden's ja komische Katzen. Warte. Es wird eigentlich immer gesagt, Katzen sind Wasserscheu. Also ich... Immer wenn ich ne Katze sehe, ist sie lieber am Wasser... Also... Ich kenn Katzen sie lieber am Wasser als Hunde. Weißt du? Schon nie gesehen. Irgendwie sind die weg. Mein Hund ist Wasserscheu und Katzen irgendwie nicht. Also die Katzen hier... Ah, der Hund ist er. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja, ich hab dir zugehalten. Dein Hund ist nicht Wasserscheu und die Katzen nicht. Mein Hund ist Wasserscheu und Katzen. Ja, hab ich doch gesagt. Du hast grad gesagt, dein Hund ist nicht Wasserscheu. Nein. Hörst du dir ne Aufnahme an? Nein, hab ich nicht. Ja, geh halt durch. Das tut. Ocelot. Hör mal auf, geh mal weg. Das ist Ocelot. Was muss ich denn machen? Ich muss mich doch so anschleichen, oder? Dann kommt die irgendwann angekommen. Ja, der kommt von alleine. Bleib einfach mal stehen. Dann müsste der eigentlich von alleine kommen. Warte mal, wo ist denn der jetzt hin? Das ist Ocelot. Ocelot! Ocelot! Da oben. Ey, wie schnell ist der denn? Glaub ich hier stehen. Ja, du darfst da nicht hinterher rennen. Du musst von alleine kommen. Bück dich und... Halt still. Ja, ich bin gebückt. Halt still. Er hat Angst vor dir, glaub ich. Ne, jetzt kommt er. Oder? Ne. Mitz, 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 mitz. Oh, ich hab ein bisschen. Ja. Ein bisschen Schluck auf dem Rad. Hi, kui, kui. Uah, uah, uah. Boah, scheiß drauf. Scheiß dir lieber. Ja, da können wir uns ja immer noch holen. Wir werden die ganzen Blätter wegmachen, oder? Ja. Bis wohin wollen wir wegmachen? Bis hier zu dem... Bis hier... Bis so, oder? Bis zu dem Baum ins Essen. Bis zu dem Baum, ja. Boah. Es war eines... Boah. Boah. Ich kann grad gar nicht reden, ey. Wieso? Alles ist ein bisschen langweilig, aber... Wieso kannst du denn nicht reden? Ach so, wegen... UAH! Nein. Ich meine... Ich verspreche mich doch. UAH! Oh, verfließt jetzt. Okay. Können es auch Scheren machen? Wie viele Dungelrollstiebs hab ich denn schon ein? Ich mach immer ne Schere, so ganz dreist Achja, du willst wahrscheinlich die ins Schere, den, den, das Schaf Also, wo willst du jetzt genau reinbauen? In den Berg Ich will auch ne Schere haben Warte Ich hab den Ofen, warte Hier Ich hab vier Iron Okay, warte mal Wir sollten uns eigentlich erst andere Sachen holen, aber Scheren sind wichtig drauf geschissen Guck hier halt so, grad so dran bauen Wenn wir hier den Hang noch so sauber machen Dann wird das cool Warte, ich fang mal, ich fang mal von oben nach unten an Der Bolle, yay Warte, ich buddle uns mal kurz in den Berg rein Dann stell ich noch mal ein paar Betten hin Können wir da mal schlafen gehen Ja, das wär jetzt ganz cool Komm, nicht mehr die pösen pösen Creeper Die machen alles kaputt Die machen uns hier eh noch irgendwann alles kaputt, ey Die Creeper von der Creeperbahn Haha, wie witzig du bist Die Creeper Der ist gut Lachwitz ey Der ist richtig gut Das man doch vorhin irgend so'n voll bescheuerten Spruch erzählt einfach Vorhin Du Ich, dir? Ja, mir vorhin, wo ich kurz Teamspeak war Achso, ja, hier Ähm Hau mal raus Warte, wie, wann ging der denn noch gleich? Ich weiß es nicht Jetzt fällt's dir nicht mal ein, weil's dir so peinlich ist Ja, ja, ja Nein, nein, der ist hier nicht peinlich Ha, ja, ja Peinlich, peinlich hab ich gesagt Gott Es ist mir nicht peinlich Ähm Peinlich Warte, warte, warte Irgendwas mit Batman war da Ja, mit Batman Ähm Achso, ähm Ich will ja nicht sagen, dass ich Batman bin, aber man hat mich und Batman noch nie in einem Raum gesehen Ah, ha, 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 lol Gehindert Lach, mach ne Tür Ja Oh, wicked, wir schlafen zusammen Hey, wenn du dich brauchst, hast du, hast du, hast du Kohle, ey? Ja, Moment, ich mach Fackel Ja, ich mach schon ein paar Brauchen die hier noch hier drin, ey Kenn die doch, ey Kleinen Strauchpenner Hier sammle mal die Items ein, die ich hier rauswerfe Ja Ich will mal ne Truhe hier hinstellen Mach ich mal schnell Ja, okay Äh Ja, mein Glückchen Oh, unsere kleine Wohnung ist wunderschön, oder? Also, so können wir das den ganzen, das ganze Let's Play überlassen Ja, das langt doch, oder? Ja Bildrieb langt Haha Nein Jetzt hassen die uns, ich sag's dir Ja 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 Oh Geht einfach mal alles rein, bis auf die Schere, die brauch ich noch Ja, genau Da muss die Schere hin, da muss die Schere Äh Noch irgendwas, was ich brauch? Obwohl, Essen bräuchte ich auch wohl, das kann ich mir Ich nehm mal Jeder 8 Stacks Okay Oder Jeder 8 Stacks, jeder 1 8 Stacks Okay, Penn Mann, was ist das so groß? Ich muss schon wieder husten Guten Morgen Oh, hier ist Gras Schnee im Sommer Okay Schnee im Sommer, yay Bär, schnuff Ja, soll ich hier auch noch ein bisschen abmachen, oder? Sollen wir das hier so lassen? Ne, den Berg halt sauber machen jetzt Ja Komplett den Berg? Nein, hier diese Seite, dass wir da so reinbauen können Wie ich das mein Achso, ja, das mein ich ja gerade auch, also das wollte ich ja gerade Warte, ich mach Hier das mal weg Zeig mal ungefähr, bis wohin du das haben willst, oh da ist ein Zombie am Brennen Hallo kleiner Zombie Hier so die Vorderseite mal weg machen, oder? Das hier, das hat die Vorderseite Äh Ja, ich fang einfach an Also halt Hier vorne halt dieses, dieses Gebüsch, da hinten halt nicht mehr Okay Und halt nicht ums Eck rum Tätig behaupten Okay Dann können wir hier vorne sich reinbauen Ja Dann wird das cool Dann hab ich das Gefühl Dann wird das cool Oh, ich könnte jetzt eigentlich nur ne Schere gebrauchen Deine schon wieder kaputt? Ja, das geht so wie bald schnell, wenn man die ganze Zeit Eieieieieiei Egal, ich mach das Holz weg und du machst dann halt das Komische Gras Ne, im Sommer Okay Komm mal, wie sieht's da oben aus? Entschuldigung mal hoch Okay Stehen weg mal Mach mal so Bist du da laut was oder was ist das bei dir? Hast du grad was gegessen? Nein, das ist das Blätterabbau wahrscheinlich Also Ja, okay, das werden die wahrscheinlich jetzt nicht hören, weil Jetzt willst du nur hören im Teamspeak Ja, ist geil Ja Ja Verrückt, verrückt Ähm Ne, ne Ich glaube der Part ist gleich oben, oder? Also Ja, gleich Gleich, gleich Okay, ich komm mal runter zu dir Oder kommst du hoch? Ne, ich guck einfach von hier oben Dann muss ich nicht runter Muss ich nicht wieder hoch gehen Muss ich nicht wieder hoch gehen Mikat, ich will nur dir Hallo Oh mein Lieber Okay, okay Ich komm zu dir Komm hoch Kommst du hoch? Warte, warte, ich schaff das Hier ist ne 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 Liane Tata Oh komm ey Ich schaff das Ich schaff das Deutsch der aus dem Team Oh Bro oder was Okay Bro oder was Okay, das war jetzt die nächste Folge Jep Jo, wir sehen uns dann in der Max an Folge Und tschüss Tschüss